Es gab diesen neuen Killer da, ne? Diesen einen Typen, der aussieht wie ein Survivor. Ich hab euch eingeladen. Ja, ist ja gut. 50.000 neue Killerspaß, dies Alter. 50.000? Diese komische, ähm... Neue, die so geistartig ist, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die spackt ja richtig rum, als wäre sie so ein Matrix-Fehler. Und was ist ihre Spezialfähigkeit? Kann sie sich auch beraten? Ja. Weil ich hab mich gewonnen und ich hab mich versteckt, auf einmal hab ich sie direkt neben mir, obwohl ich sie eigentlich vorher da ganz hinten stehen sehen hab. Ich dachte mir so, hä? Ich dachte mir so, hä? Mann! Ah, hämm! Die Mafia abtrennt, oder was? Oh, ihr seid da, okay. Mhm. Was ist denn da, was kann ich denn hier wechseln? Jetzt kann man da oben seinen Charakter wechseln, oder was? Wo? Guck mal, das hab ich mir gekauft in diesem scheiß Halloween-Scheiß, Alter. Hör mal! Dieses, äh... ...gewichste Outfit da. Was haben wir denn noch hier so feines? Eklig. Ja, okay. Eww. 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 Vielen Dank. 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 Ich schau mal hier ein bisschen auf die Auge. Ja, ja, mach ruhig. Ich schaff uns mal ein bisschen Zeit. Im anderen Zeit, drei Generatoren, okay. Ich sehe auch nicht einer zu helfen, ich mach Generatoren. Sie ist weg. Ja, ja, ich arbeite weiter. Ja, ja, ich arbeite weiter. Ja, ja, ich arbeite weiter. Ich muss sie, bitte, guck. Dein Arsch bestaunen. Ich muss sie, ich muss sie, ich muss sie, ich muss sie haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist auf jeden Fall schlecht. Ich habe sie noch nicht einmal gesehen oder gehört, die Runde. Okay. Ich schon, aber die beste scheint es jetzt nicht so sein. Naja, ich saß halt im Stall, habe mich versteckt. Sie besucht diese komischen Pfeile, wo man sich verstecken kann. Ich sitze direkt daneben, sie sieht nie. Ich habe sie euch alle in Schränken versteckt. Ich verstecke mich in dieses Spiel nie in einem Schrank. Nein, mache ich nicht mehr. Das ist da nicht so, in einer Kante halt. Ich halte mich als selbst. Nein, ich halte mich auch drin. Oh, die guckt so. Ich glaube am Anfang vom Spiel bin ich immer noch in Schränken reingegangen, aber mittlerweile mache ich es nicht mehr. Das ist ein bisschen Terror-Radius, Alter. Terror-Remo. Wenn wir uns für nur drei Totems halten, hat sie keine Nöt mehr, wenn sie drin hat. Ich habe nicht gern, von dieser Scheiße niedergestreckt zu werden, von dieser Kante. Oh, 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 oh. Oh, da kommt ein Kevin an. Hä? Hä, wo warst du denn? Oh, 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 oh. Wo sind denn jetzt hier die Fake Totems, Alter, oder wo? Oh, 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 oh. Kann man den noch machen? Nein, der ist fertig, okay. Oh Gott. Oh, 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 oh. Was ist denn mit dir falsch? Ich hab grad richtig Spaß, Alter. Ich hab den Spaß meines Lebens. Ich könnt'n Generator machen, aber ich such' lieber Totems, Alter, nicht, dass die noch Nöd hat. Lalalalalala, hab' ich gar keinen Bock drauf. Was bringen wir in die Totems, Garde? Nein, so einfach, dass die dann keinen Nöd hat und uns One-Hitted, wenn die scheiße Ausgänge fertig sind. Da hab' ich nämlich gar keinen Bock drauf. So'ne Noob-Scheiße. Wer mit Nöd spielt, ist für mich ein Noob, Alter. Nöd ist so unnötig als Fuck, Alter. So, dass diese Leute, die dann nur darauf spielen, dass sie die Ausgänge fertig machen und Dingsen, Alter. Damals hab' ich's so auf meinem alten Rechner gemacht, wo ich so'n Potato-Rechner hatte, ja, aber... Alter. Und wem folgst du? Mir. Oh, die ist ja echt scheiße, Alter. Ja, ja, wenn ich sie dann mir verlieren, dann ist sie scheiße. Die geht mir so auf die Verfickten. Ja, Mann. Ja, Mann. Also von logischer Aufteilung der Totems, auf dem wird haben die Entwickler auch noch nix gehört. Oh, ich hab'n Totem gefunden. Meine Freunde brauchen noch zwei, Alter. Okay. Drei hab' ich jetzt. Also gleich. Oh, ja. Da muss ja eigentlich eins im Fels und eins dahinten. Ist ja Killer-Blind. Ja, das ist irgendwie scheiße, Alter, wie's aussieht. Ja. Hallo, Totems. Die ist ja komplett verblödet, Alter. Ich kann doch keine Totems. Vielleicht stimmt's schon. Die ist komplett verblödet, Alter. Ist doch gut, dann können wir ja noch so Totems suchen. Kann man so so vieles. Und gerne Rathorn machen. Boah, ich fang weg ja gleich, Alter. Und wo kommt die denn, Alter, jetzt schon wieder? Hey, hallo? Hallo? Blöde Schlampe, ich fick dich in deinen Arschloch ein, Alter. Alter. Also ich geh' nicht tasten, ob die nöt hat, Alter. Du blöde Killerin, soll ich dir mal zeigen, wie man deine Achse ins Arschloch gesteckt bekommt? Ich werd's dir zeigen. Was ist denn das für ne Rumcamper, Forza, Alter? Das hat sie, macht sie ja sonst nicht. Das macht sie jetzt wahrscheinlich bei mir, weil ich, ja, ein Spast bin. Die hat nöt, da brennt das nöt-totem, Alter. Im Feld brennt's, Alter. Neben dir. Ich will doch von der Nacht gelaufen. Solang das nicht down ist, brauchen wir gar nichts versuchen. Renn mal zum Haken, renn mal zum Haken, renn mal zum Haken. Warte, ich hab's gleich, hab's gleich, hab's gleich. So. Ach, das ist, natürlich, das ist nicht das nöt-totem, das ist was anderes, Astro. Weg, 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 weg. Was ist denn das gefährdet? Kein gesuchter Boden? Was ist denn das für ne Scheiße? Komm mal, nimm uns ehrlich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Kein gesuchter Boden, Alter. Was ist denn das für ein Fluch, Alter? Fick dich, du Mist-Sau! Was ist denn das für ein Fluch? �! Fick dich, du Mist-Sau! up! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.